Das TourTV der 71. Österreich-Rumpfanz. Immer bestens informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also für mich war ganz klar, dass da verschiedene Materialien nicht zur Verfügung sein müssen für ein Profi-Rad-Trikot. Und es darf kein Luftwiderstand sein, es darf kein Flattern beim Trikot geben. Und das ist für mich eigentlich ganz wichtig und mit meinen Produzenten zusammen schauen wir, dass wir das hinkriegen. Und das haben wir auch hingebracht mit dem Velocista-Design und mit dem Trikot. Also das ist eng anliegend, das ist wirklich aerodynamisches Paket. Und es gibt natürlich andere Rad-Trikots, genauso für Elektroradfahrer. Und im gelegenen Mountainbike gemütliche Rundefahrt, die wollen es nicht so hauteng haben, ist logisch. Und darum, es gibt für alle etwas. Also ich muss seit knapp zehn Minuten am Bauch ein bisschen reinziehen. Du hast das richtige Trikot. Schon, oder? Okay, okay. Schauen wir jetzt also nochmals das Interview von Sophie Hochhauser mit Matthias Brändle. Ich bin nach der ersten Etappe der beste Österreicher. Es hat knapp nicht für einen Sieg gereicht. Eine Sekunde war der Janik Stärmle schneller. Ich stehe hier neben einem großen Sponsor von der Österreicher Umfahrt, der Gebrüder Weiß. Ich durfte den LKW heute taufen. Mein weiblicher Namensvetter, Matilda, steht neben mir. Ist eine tolle Sache hier in Wels und war echt ein cooler Auftakt. Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. 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 bei eben, das ist bei sechs Kilometer und dann geht es schon hinauf auf den Dirnter Sattel. Der Großglockner, immer spannend, immer interessant all die Jahre. Da sind wir gespannt, was sich heuer zum Glockner König führt. 13,2 Kilometer ist also dann nochmals die Schlusssteigung. Also da geht's ans Eingemachte. Bis zum nächsten Mal. 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 Wie magst du aus Austria? Ja, ich mag aus Austria, es ist sehr gut. Ich liebe Mountain, es ist ein sehr guter Rennen für mich. Das sind meine Rennen und ich mache mein Bestes in den Climbs. 2. Win in a row, how happy are you? Ja, sie haben mir gesagt, ich bin der erste, der zurück zu zurück gewinnt. Das ist sehr schön zu hören. Als ich hierher kam, konnte ich nur los. Jetzt habe ich es für eine zweite Mal gewonnen. Ich habe es nicht wirklich erwartet mit dem Knie-Injurie, die ich für zwei Monate hatte. Ich bin sehr glücklich, dass ich das mitbekommen konnte. Austria ist der perfekte Spot für dich gewinnen, oder? Ja, ich habe hier immer ziemlich gut gespielt. Es ist die vierte Mal hier. Ich habe hier viermal in der Top 10 gespielt. Es war ziemlich gut. Innsbruck war letztes Jahr die World Championships waren gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier nicht in den Fronten bin. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier nicht in den Fronten bin. Das ist deshalb nicht viel zu viel in Belgien. Und der Kitzbühle Horn war heute auch sehr gut für dich? Ja, das ist eigentlich nicht so gut für mich, weil ich mehr als 70 Kilogramm bin. Und wenn du dann in den 50 Kilogramm bist, dann bist du ein besserer Climber. Aber trotzdem habe ich hier für die dritte Mal in der Top 10 gespielt. Und ja, letztes Jahr konnte ich gewinnen. Ich glaube, dass ich meine Form ein bisschen besser war als jetzt. Aber ich bin trotzdem glücklich, dass ich die Leute aufhören kann. Ja. Und nächstes Jahr kommst du zurück in Austria? Ja. Vielleicht die Tour de Friends. Aber diese Chance ist nicht so groß. Also es ist auch die Tour oder in Austria normalerweise. Also ich muss seit knapp 10 Minuten am Bauch ein bisschen einziehen. Ja, du hast das richtige Trikot. Schon, oder? Okay, okay. Das war eine unglaubliche Geschichte. Von Meierhofen nach Venedig mit Tommi Rohrek, ein Simplon-Rad damals mit seiner Übersetzung. Wir sind hier auf Facebook, während alle schon am Instagram und überall unterwegs sind. Das ist unserem Alter geschuldet. Mit Daya Quintana, mit Schönberger, mit Scott Devis und Enrico Gasparot. Mit Rinkhoff, der gleich am Anfang attackierte Daniel Auer von den Busch-Bikers. Damit verabschieden wir uns. Martin Böckle, Michi Nussbommer, Stefan Steinacher. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Das Tour TV der 71. Österreich-Rom-Fans. Immer bestens informiert. Danke für dich. Schступ zu Logan.